Moin Freunde, willkommen zurück zu einer neuen, wundervollen, spannenden, vielfältigen und extrem unterhaltsamen Folge von Mystery Gadgets. Woher willst du das eigentlich wissen? Das habe ich mir gerade spontan ausgedacht, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Dann gibt es jetzt heute sieben Saugroboter und ich bin raus. Ich glaube, dann ist 90% jetzt auch raus gerade. Nein, natürlich nicht. Bitte bleibt dran. Aber gleich dieser Hinweis dazu, kann Kai natürlich auch sagen, Sprungmarken gibt es natürlich, wenn irgendwas bei ist, was euch thematisch nicht interessiert. Könnt ihr einfach durchspringen. Soll ich jetzt spoilern, dass heute kein Saugroboter dabei ist? Ja, hast du wenigstens eine Taschstampe organisiert? Also schon mal schauen. So, nee, also ich habe, lass mich kurz durchzählen, ich habe wieder sieben Produkte organisiert. Okay. Die schauen wir uns an. Mehr oder weniger, können auch mehr sein. Ach, komm, ich stelle dir dein erstes Ding hin. Gut, zählen ist heute wohl nicht so der Ding. Ja, sieht schon mal gut aus. Steht nichts drauf. Wicht. So soll es auch sein. Auch nicht viel. Wir wollen es mal ein bisschen spannender machen hier. Ja, deswegen hast du das ausgepackt und wieder eingepackt. Ja. Ich warte es einfach auf. Tada. Mein Puls. Killer Instinkt. Geil. Ich meine, die Arcade-Automatenversion sah natürlich deutlich besser aus als das, was Nintendo auf dem Super Nintendo rausgebracht hat. Aber ich habe das Ding original in Italien damals gespielt in einer Arcade-Halle. Also, doch, ja. Heißt so, ne? Ja. Ich habe gerade überlegt, weil bei uns in Deutschland gab es schon was nicht und boah, war ich fasziniert. Und dann kam die Super Nintendo-Variante raus und inklusive Killer-Cut-Musik-CD. Also, wirklich mega. Das Spiel mag ich heute noch. Aber das ist ja gar nicht alles. Hier liegen noch ein bisschen was anderes bei. Aber jetzt brauche ich aber eine Sega-Saturn-Konsole. Das ist nämlich tatsächlich, was mir in meiner Sammlung fehlt. Duke Nukem 3D. Oh Mann, das waren noch Zeiten, als Spiele indiziert und verboten wurden. Sogar mit Bonus-Level, die nur für den Sega-Saturn sind. Das kenne ich. Das weiß ich noch nicht mal. Stand vorne, glaube ich, auf der Hülle drauf. Irgendwo hatte ich das gelesen. Irgendwo. Und dann haben wir hier noch Evil Dead, Hail to the King. Die habe ich tatsächlich auch drüben, aber nicht fürs Dreamcast, sondern für einen PC. Siehst du, da kann ich doch meine Dreamcast mit füttern. Schade, dass ich keinen Sega Saturn habe. Aber mein Super Nintendo kann ich auch damit füttern. Sieht sie dir eigentlich auch mit bei? Nee, richtig. Leider nicht. Und das Pub-Inlay fehlt auch. Aber hey, immerhin eine Anleitung. Ja, das finde ich jetzt schon mal super. Und denn, ihr habt es vielleicht schon gesehen, vor meiner Schnappatmung oder kurz danach. Wir haben auch noch Alien 3 für das NES. Von, war es Lynn oder Ginny? AJN. Total beklappter Name. Von Angry Video Nerd. Sein Lieblingsspiele-Publisher. Gibt es heute auch nicht mehr. Und die Spiele waren auch nur nicht so toll meistens. Ja, jetzt stelle ich mir gerade die Frage, warum ist das jetzt hier? Also nicht, dass ich mich nicht drüber freuen würde. Aber da fehlt mir jetzt was. Das Rätselslösung ist, und zwar ist der Marktplatz für Videospiele retroplays.com an uns herangetreten. Okay. Und hat gesagt, wir sind cool, testet doch mal. Und haben wir natürlich gemacht. Ich habe dann ein bisschen mit denen geschnackt, mit den Jungs und Mädels. Ja. Und finde das echt geil. Vor allem das sind selber so Retro-Nerds und Retro-Gamer. Und die haben praktisch einen Online-Marktplatz geschaffen, wo man einfach Retro-Spiele handeln kann. Deutlich günstiger wohl als Ebay. Und man kann auch seine Spiele-Sammlung, wenn man möchte, da verwalten. Gerade Sega Saturn, bestimmte Spiele, Doom, Quake, Duke Nukem 3D wahrscheinlich auch, sind Titel, die du nicht mal so ohne weiteres für den Fünfer bekommst. So alt wie die Konsole ist, umso teurer sind die oder umso teurer sind die Spiele. Und ich finde das gerade, auch als Duke Nukem Fan, gerade sehr, sehr fantastisch, eine Sega Saturn-Version in der Hand halten zu können. Wie gesagt, mir fehlt noch die Konsole. Die werde ich mir garantiert irgendwie auch nochmal organisieren. Auch wenn ich jetzt aus dem Hintergrund schon wieder einen Schlag im Nacken kriege und kein Platz mehr ist eigentlich mehr im Raum. Die haben übrigens auch einen Barcode-Scanner. Das heißt, du kannst ziemlich easy da deine Spiele einstellen, weil die haben eine Datenbank mit irgendwie über 150.000 Titeln. Auch die ganzen verschiedenen Konsolen kann man alles auswählen oder Systeme. Und wie gesagt, du kannst dann auch deine Anzeige, wenn du dann irgendwas verkaufen willst, mit einem eigenen Bild halt hochladen. Du kannst auch Sendungsnummern hinterlegen, weil ich habe die vier Spiele alle selber gekauft. Weil ich, wie gesagt habe, ich will das halt mal alles ausprobieren. Und habe dann halt praktisch dann mir einfach interessante Sachen rausgesucht. Und ja, hat dann auch alles recht gut geklappt, weil waren alles vier unterschiedliche Verkäufer. Drei privat, einer war gewerblich. Ja. Hat super geklappt. Ja. Und Zustände sind dann auch entsprechend so gewesen, wie es beschriftet wurde. War in dem Fall immer mit Bild. Ich wusste praktisch, und es stand auch drin zum Beispiel bei Killer Instinct, hey, der Soundtrack fehlt. Und bei Alien, dass die Umverpackung halt fehlt. Ich meine, man muss jetzt mal ganz kurz zu Killer Instinct zurückgehen. Ich war damals 13 oder 14, als das Spiel rauskam. Keine Ahnung, vielleicht auch 15. Das liegt jetzt über 25 Jahre zurück. Und wenn dann da mal eine Musik-CD fehlt oder das Pub-In-Label, wo normalerweise die Cartridges drin verschwinden, dass das fehlt, ja, das Ding hat ja wahrscheinlich auch schon fünf Besitzer oder so in der Zeit. Also das muss man dabei immer noch mit beachten, ja. Und die CDs zum Beispiel sehen auch wirklich gut aus. Und um das Ganze mal jetzt hier ein bisschen aufzuwerten, habe ich mir gedacht, ein Spiel davon zocken wir heute mal. Und habt ihr deswegen nämlich auch schon ein Notebook. Wir machen es jetzt mal ganz, ganz nicht so retro-gamefreundlich. Wir emulieren das Ganze mal, weil sonst können wir es nicht so gut abcaptured. Ich habe mich für Killer Instinct entschieden, weil ich die Story nämlich von dir kannte. Und ich würde sagen, wir schmeißen es mal an. Und am Ende kannst du noch schätzen, was ich für die Games bezahlt habe. Da kannst du dir dann einen abstammeln. Anekdote meinerseits, ich habe gerade Killer Instinct 1 und 2, die Arcade-Version bei mir auf meinem Retro-PC auch installiert. Passt doch. Wie man sich an sowas erfreuen kann. Ich glaube, einige werden es verwundert zugucken und denken sich so, Pixelbrei. Da, ach, Gänsehaut. Geil, direkt mal Start drücken. Das ist auf dem Super Nintendo. Das ist auf dem Super Nintendo. Ja gut, Sprachausgabe war jetzt nicht das Problem. Wir machen es mal. Ui. Ja, ich darf das. Easy Game. Ja, aber. So. Also du hattest das damals nur in der Arcade-Halle gezockt. Und auf dem Super Nintendo auch. Also auch privat selber oder bei Kumpels. Ja, genau. Damals noch beim Kumpel am Super Nintendo in einer Bude in Berlin. Da haben wir das losgezockt. Da haben wir dann wirklich die Super-Ultra-Super-Kombos rausgefunden und gemacht. Internet gab es damals ja noch nicht. Das war so ein Ding für sich, ja. Ach, ich liebe das Spiel immer noch. Es ist schweineschwer und kann grafisch, wie gesagt, mit dem Original nicht herhalten. Aber. Also sah auf dem Automaten noch besser aus. Ja, vor allen Dingen, wenn du jetzt mit den Charakteren auseinandergegangen bist, ist das Bild auch zurückgegangen. Und ich kann hier gar nichts mehr davon. Also da ist nichts von übergeblieben. Ja, das ist dann nicht mehr ganz jugendfrei. Blut ist auch ausgestellt. Das ist nämlich lila-farmt. Aber Ziel war hier eigentlich wirklich dicke, fette Kombos zu machen. 10, 12, 15, 20 Hit. Keine Ahnung. Kriege ich jetzt aber beim besten Willen nicht mehr hin. Müssen wir erstmal einspielen. Was wir dann Zeit damals reinversenkt haben. Unglaublich. Da würde ich sagen, belassen wir es dabei. Ja. Du kannst deine Kindheit nachher nachholen. Vielleicht zock ich auch zusammen mit dir. Ja, also wie gesagt, ich wollte eigentlich die anderen auch noch. Aber ich denke mal, wenn wir jetzt alle antesten würden. Das sprengt, glaube ich, den Rahmen. Also ich hätte wirklich Bock drauf. Aber da müssen wir ein anderes Format ausbauen. Genau. Also ich habe praktisch alle vorher gesehen mit Bildzustand beschrieben. Und habe dann sagen können, vor allem das Coole ist, du kannst auch sogar bei Retroplays Preisvorschläge machen, wenn der Verkäufer es akzeptiert. Also wie man es von dir so kennt. Genau. Ich glaube, der kann nämlich, weil die wurden automatisch auch dann akzeptiert, wenn sie nicht zu tief waren. Weil ich glaube nämlich, der Verkäufer kann selber eine unterste Grenze schon eingeben. Was er dann automatisch auch akzeptiert. Cool. So, und dann würde ich sagen, schätzt doch mal, was ich für die Games bezahlt habe. Also, es ist eigentlich ein bisschen schwierig. Also für Alien 3 kriegst du jetzt nicht so viel, weil die Verpackung fehlt und das Spiel jetzt auch nichts Besonderes ist. Ich glaube, das kann man schon für 5 bis 10 Euro kaufen, je nach Angebot. Evil Dead, Hail to the King, ähnlich. Dreamcast ist auch ein Spiel, was sehr oft noch zu bekommen ist und jetzt auch keine besondere Verpackung hat und auch nicht diese blaue Dreamcast-Verpackung hat. Ich glaube, auch so 10 bis 20 Euro wird es maximal kosten. Bei Killer Instinct mit dem Zustand wird man wahrscheinlich auch nur so 25 bis maximal 30 bezahlen. Und tatsächlich, bei Duke Nukem bin ich mir überhaupt nicht sicher. Ich weiß nicht, je nachdem, wie stark das in Deutschland verfügbar war oder auch gar nicht, damit richtet sich da auch der Preis hin. Also, hier kann sein, dass das Ding bei 50 liegt. Ich weiß es wirklich nicht. Ist schwierig. Also, wenn man natürlich mit viel Zeit rangeht und jetzt nicht so wie ich zum Beispiel sage, okay, ich brauche das jetzt innerhalb von einer Woche, damit wir das Video alles da haben, dann kann man bestimmt günstigere Preise erzielen. Aber ich glaube, du bist da trotzdem ein bisschen zu günstig rangegangen, weil vor allem Super Nintendo-Spiele mit Originalverpackung, egal in welchem Zustand, ich glaube, da ist der Zug abgefahren, dass man da so seltenere Spiele für 20, 30 Euro abstauben kann. Also, pass auf. Ich habe bezahlt für Alien 3 in dem Fall 29 Euro mit Versandkosten. Ja? Okay. Kann natürlich sein, dass du das auf dem Flohmarkt oder wenn du wirklich mal lange suchst und so weiter auch natürlich günstiger findest. Ich habe da noch nie gezielt geguckt. Ich habe bezahlt für Evil Dead, für die Dreamcast, das scheint nämlich auch ein bisschen seltener zu sein, korrigiert mich da gerne, habe ich mit Versand fast 45 Euro bezahlt. Für Killer Instinct habe ich in dem Zustand mit Versand 42 Euro bezahlt. Ja, das geht aber noch. Und für Duke Nukem 3D habe ich mit Versand in dem Zustand 45 Euro bezahlt. Und ich hatte gesagt 50 irgendwie so. Genau, das habe ich zum Beispiel auf Ebay auch teurer gefunden. Das war da bei Retroplays deutlich günstiger. Na gut, das wollen ja nicht alle so viel Geld für haben. Manche wollen es einfach nur bei guten Freunden in den Händen wissen oder so. Was natürlich auch immer teilweise Wert steigern oder mindern ist, ist natürlich zum Beispiel wie bei Killer Instinct, wenn alles noch beiliegt oder halt nicht. Hier zum Beispiel fehlt ja der Soundtrack, was natürlich dann auch immer. Und was ich aber cool fand, schwarzes Cartridge. Das hat man ja auch sehr selten gesehen bisher. Da gab es auch nicht allzu viele, die das tatsächlich so hatten. Mir fällt jetzt auch kein weiteres ein, irgendwie nicht so richtig. Aber ja, versuch mal nach Doom zu gucken für Super Nintendo. Da schlackst du mit den Ohren. Ja, oder Wolfenstein 3D. Hatte ich nämlich auch gefunden bei Retroplays. Aber das sind tatsächlich auch Spiele, die ja nicht in Deutschland rausgekommen sind, weil die ja zu dem Zeitpunkt indiziert waren. Und Killer Instinct kam irgendwie mit raus. Aber es war auch irgendwie immer nur so ein Import. Ich glaube, in Deutschland direkt gab es das auch nicht. Obwohl wir das trotzdem damals hatten. Also ist tatsächlich so ein Ding für sich. Da muss man sich so ein bisschen einfinden. Ich kann da jetzt nicht allzu viel zu sagen, weil ich nach den Spielen jetzt nicht so gezielt geguckt habe. Aber ich weiß, dass einiges sehr, sehr teuer gehandhabt wird. Und ich habe auch noch Original-Super-Nintendo-Spiele zu Hause, außer Mortal Kombat 2 und 3 und Ultimate. Und keine Ahnung, SimCity 2000 sieht aus wie geleckt, noch wie neu. Also ja, aber es ist vielleicht eine sehr, sehr interessante Plattform, um vielleicht nicht unbedingt bei den großen E an der Bucht irgendwie sein Geld loszuwerden oder völlig überteuert auf Amazon oder Sonstiges. Ich denke, dem sollte man auf jeden Fall mal eine Chance geben und mal reingucken, wer damit was anfangen kann. Also ich finde das mega interessant. Vor allen Dingen ist es ja nun auch meistens nicht so wie jetzt bei mir, dass man halt irgendwie alles innerhalb von ein, zwei Tagen sagt. Man kann ja auch stöbern. Man kann übrigens auch Käufern folgen und so weiter. Dann kriegt man auch Update-Informationen. Man kann, weil es sich nicht schon gesagt hat, seine eigene Spielesammlung sogar darüber verwalten über Retroplays, weil du hast ja diesen Barcode-Scanner und kannst dann halt mal schnell durchgehen, deine ganzen Spiele einscannen und kannst dann halt sozusagen darüber gucken, hey, habe ich das Spiel schon oder nicht? Das sollte ich mal machen. Klingt sehr interessant. Genau. Also da ist, die haben sich ziemlich viel einfallen lassen. Und da kommt auch noch einiges, so wie ich rausgehört habe, die wollen da noch einiges umstellen. Finde ich auf jeden Fall spannend und ich werde da persönlich auch, deswegen fand ich das halt auch so interessant, persönlich da auch nochmal ein bisschen rumstöbern. Haben die auch Bigboxes? PC eher weniger, weil sie sich eher auf die ganzen Konsolen, aber PC auch. Ich habe gesagt, finde ich ein bisschen schade, würde ich mir natürlich mehr wünschen, aber es waren trotzdem einige bei. Wer jetzt das nicht nachvollziehen kann, warum ich direkt gezielt nach Bigboxes frage, wir haben bei uns ja hier im Studio noch einen Retro-Raum, wo auch wirklich Regale stehen mit alten Quake, Doom und sonstigen Bigboxes vom PC. Und da, wie ich vorhin schon bei manchen Preisen sagte, schlackerst du richtig hart mit den Ohren, wenn du für eine Pappverpackung von Quake mit 100, 150 Euro in einem guten Zustand da auf den Tisch legen musst. Und ich selber sammle ja auch gerne alte Konsolen und Spiele, habe, wie gesagt, bis auf Sega Saturn alle Konsolen noch zu Hause und habe auch ein paar Spiele, die ich dann damit quasi in so eine Liste einverfrachten könnte. Also ich glaube, ich gucke mir das tatsächlich auch mal an, um zu wissen, was habe ich denn, oder Zustand vielleicht mit, also mal gucken wir. Ich habe zum Beispiel auch, bin ja auch Filmgucker und sammle Filme und habe auch eine App auf dem Handy zum Beispiel, wo meine ganzen Filme drin sind, weil wenn ich beim Mediamarkt wieder stehe und sage, haben wir den schon? Ja, nein, vielleicht, dann kann ich da direkt nachgucken. Also es ist schon ganz praktisch. Genau, und in dem Sinne würde ich sagen, wir kommen weiter und machen weiter zum Nächsten. Oh, war es von JBL, Quantum 810. Welche hatten wir? Die 650 hatten wir zuletzt, ne? Quantum 1. Genau, und wir hatten mal, ich weiß nicht, 400er, 600er Reihe, genau, irgendwie was. PC, Playstation 4, 5, Wireless und verkabelt für die Xbox One, Series X, Nintendo Switch, beziehungsweise Lite. Genau, vieles funktioniert kabellos, bei Microsoft ist es irgendwie immer noch so ein bisschen schwierig umzusetzen. Nintendo Switch ist mit der Bluetooth-Anbindung auch nicht so weit her, aber auch da gibt es... Genau, da geht es wohl, ich glaube, mittlerweile nur, wenn man die in der Station, in der Dockingstation, da kann man dann wohl mit der Bluetooth sich verbinden. Okay. Irgendwas war da. Ich muss tatsächlich sagen, bis auf Kontrolle habe ich an der Nintendo Switch irgendwie noch nie was verbunden, was Audio angeht, weil ich halt auch damit nicht unterwegs bin. Und selbst wenn, würde ich mir wahrscheinlich einen 3,5er einpacken, nur für die Switch oder so. Aber ja gut, darum geht es gar nicht. So, Quantum. Also klassische Gaming-Kopfhörer. Die wir jetzt hier einfach mal direkt auspacken. Oh, die glänzen aber interessant. Könnte auch noch der ein oder andere Fingerabdruck dran sein, weil ich sie dann auch aufgeladen habe. Ja, hier ist auf jeden Fall ein Kleber drauf. Hier ist dann auch ein bisschen Pappe und... Wieso haben die das... Ich will das jetzt nicht kaputt machen. Nimm raus. Die haben das Mikrofon, glaube ich, da mit gesichert. Ach so, hier so drunter ist das. Ah, dann packen wir das jetzt rein. So, hier gucken wir auch ganz kurz rein, weil die Kabellage ist vielleicht auch nochmal interessant. Anleitung, Kabel hier, USB-Dongle und nochmal ein Kabel. Und ich glaube, das war es dann. Anleitung noch, das ist aber wahrscheinlich nicht so interessant. So, dann haben wir hier, ja, so eine Art Black-Chrome-Optik auf der Außenseite. Das ist natürlich schon sehr speziell. Hat den Nachteil, dass dann, wie Kai schon sagte, Fingerabdrücke sehr gerne drauf gesehen werden können. Oder wie auch immer. Und du kannst dich drin spiegeln, ja. Und ich kann mich drin spiegeln, ja. Das sieht man auch gerade. Dann haben wir natürlich wieder die Polsterung, also den Gedächtnisschaumstoff. Also man sieht, dass der sich zwar ein bisschen zurückbildet, aber wenn ich da drauf halte, bleibt es so. Dann die großen Treiber, ich vermute mal 50 Millimeter. Dann haben wir hier oben quasi die Plastikabdeckung. Auch hier das Ganze gepolstert. Ich kann das hier herausziehen. Das ist tatsächlich Kunststoff, kein Metall. Hier ist aber noch Pappe mit dran. Den können wir abmachen. So. Es sieht mit dem transparenten Kunststoff natürlich interessant aus. Für die Langlebigkeit müsste man das jetzt vielleicht so ein bisschen in Frage stellen. Aber es ist relativ dick auch. Also hier so einen halben Zentimeter, das sollte schon halten. Genau. Also ich glaube, wenn man da diese dünnen Metallstreifen sonst immer sehen, ich glaube, die sind weder langlebiger noch qualitativ hochfälliger. Ja, denke ich auch. Aber das ist halt immer eine Frage, wie man mit den Kopfhörern umgeht. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Dann ist das Ganze natürlich auch drehbar, dass man das quasi flachlegen kann oder verpacken. Flachlegen? Was lachst du denn da so? Oh Mann, ey. Fünf Euro in die schlechte Wortspielkasse. Och, sei mal nicht so. Ich habe mir extra Mühe gegeben, ja. Mikrofon ist quasi, man hört es klicken, das heißt mit Stummschaltung nach oben. Genau. Ansonsten USB-Typ C, drei Fünferklinke an, aus, Bluetooth. Hier haben wir dann noch verschiedene Lautstärke. Ach so, der Chat-Trennung zwischen Game Voice und der Stimme kann man einschalten. Und dann gibt es, weiß ich nicht, was das für ein Knopf ist. Tja, da kann ich dich gleich mal aufklären. Und zwar, wir haben Active Noise Cancelling. Uh, jetzt wird es ja heiß. Und natürlich für mehr FPS RGB-Beleuchtung. Ja, dass die leuchten, das war mir schon klar. Aber da man das noch nicht sieht, habe ich es noch nicht angesprochen. Genau, und du hast ja schon festgestellt, wir haben mehrere Möglichkeiten, das Headset anzuschieben. Du hast da den Dongle. Du kannst es aber auch per Bluetooth verbinden. Du kannst es per USB aufladen, den Akku. Oder halt per drei Fünfer das Headset auch noch verkabeln. Okay. Ich habe jetzt einfach mal gedacht, ich mache das mal an per Bluetooth. Uh, flackern tut es direkt. Ich glaube, ich bin auch direkt schon verbunden. Genau. Leuchtet auf jeden Fall sehr cool auf. Und mit dem Chrom, das kommt schon sehr, sehr cool. So, ich franz mir das jetzt mal auf den Kopf. Es ist quasi mehr oder weniger ein On-Ear. Alter, schirm die ab. Ey, ich höre mich schon kaum selber noch. Na, wahrscheinlich Active Noise kennst du ihn schon an. Ja, hier leuchtet es auf. Auf. Jetzt drücken wir da mal drauf. A&C. Off. Okay, jetzt höre ich mich dann zwar immer noch wieder in der Taucherglocke, aber schon ein bisschen deutlich besser. Gibt auch eine englische Sprachausgabe. Und wenn ich das dann aktiviere, dann ist das wirklich wie in so einer Taucherglocke komplett für sich reduziert. So, das wäre das. Hier hört man jetzt nichts. Kabel schleift jetzt natürlich nicht. Wenn die dran sind, würde man wahrscheinlich vielleicht das ein oder andere Geräusch mit übertragen hören. Richtig. Wir haben auch eine umfangreiche PC-Software, die aber auch wirklich nur am PC dann genutzt werden kann. Die Quantum Engine von JBL. Da kannst du alles einstellen. Wir werden das jetzt aber nicht machen, weil da kannst du, wie gesagt, RGB-Effekte, du kannst die Audio-Effekte nochmal alles einstellen. Denn ich habe noch was anderes für dich, bevor wir nämlich gleich nochmal mit dem Notebook eine Runde zocken werden, um das Headset auszuprobieren. Ja. Ja, natürlich. Zum Zocken brauche ich eine Maus und weil hier keine liegt, haben wir jetzt hier von Xiaomi auch eine bunte RGB-Maus. Genau. Habe ich gesehen, dass Xiaomi sowas im Angebot, oder nicht, dass Xiaomi sowas überhaupt anbietet und dachte mir, nimmst du mal mit. Insgeheim bist du doch ein Xiaomi-Fanboy. Ja, aber bin ich auf die linke Pobacke tätowiert. Ich glaube auch. Nein, wir wollen keine Details. So, also. Da haben wir dann das Mäuslein. Ein bisschen Verpackung, Filzgleiter für unten drunter gibt es auch noch. Dann ist die nochmal eingepackt. Und nochmal beklebt. Und die chinesische Herkunft kann man gar nicht verleugnen. So, gar nicht. 6200 dpi, 800 dpi. Habe ich übrigens auch wirklich importiert über AliExpress. Okay. Ja, Stoff ummantelt. Kennt man. Ja. Aber die fühlt sich zu leicht rau an, ist aber sehr leicht. Dpi einstellen da unten. Funktion da. Okay, so hat man das gelöst. Damit wird übrigens auch tatsächlich geworben, dass die so leicht sein soll. Das ist natürlich jetzt immer so eine Streitfrage. Man hat ja immer Fans von, die es besonders leicht bei der Computermaus mögen. Und manche halt nicht. Blub. Da leuchtet es. Ach hier, siehst du. Das sieht natürlich auch cool aus. Direkt nur an der Hinterkante ist es leicht beleuchtet. Man kann wohl auch noch irgendwie die RGB-Effekte, weil es drei verschiedene gibt, irgendwie einstellen. Funktion. Irgendwie. Ach so, ich glaube, ich gehe da jetzt gerade schon durch, oder? Nö, das rollt jetzt gerade. Also es ist auf jeden Fall schön mit Übergänge, also schön flüssige Übergänge. Und ansonsten haben wir jetzt hier die Dpi noch, die wir einschalten können. Ist übrigens wieder ein PixArt-Sensor drin, die hat ziemlich hochwertige Gaming-Sensoren für Computermausse herstellen. Bis 6200 Dpi haben wir hier. Also jetzt hier am PC fühlt sich das erstmal schon gut an. Gleitet auch gut über den Tisch. Ist, wie gesagt, jetzt gar nicht dafür ausgelegt. Sind übrigens auch fette Teflon-Gleiter unten drunter. Ja, die sieht man hier auch. Das funktioniert schon. Und die zwei Buttons, die jetzt hier so zum Einstellen sind, die stören jetzt auch nicht. Ja, das sieht schon vernünftig aus. Okay, was wollen wir spielen? So, ich würde sagen, wir machen wieder Cluster Truck. Klassiker. Dann kannst du mal den Ton dir anhören mit dem Headset. Und wir werden da die Maus ausprobieren. Es wummert und es blubbert. So, jetzt muss ich mich da ein bisschen zurechtstellen. Ich muss mich springen. Kampagne Nummer 6. Spielen. Drückt ordentlich. Das anspruchsvollste Spiel ever. Für die Musik. Also der Bass ist schon mal ordentlich. Das war ein guter Sprung ins Ziel. Als hättest du es schon mal gespielt. Nein, niemals. Ja, also jetzt ganz kurz zur Maus. Ich glaube, man sieht, die funktioniert, ohne dass ich jetzt an den DPI irgendwie irgendwas rumgestellt habe. Die flutscht hier über den Tisch und macht genau das, was ich davon erwarte. Ist jetzt kein Review, sondern erst mal so ein ganz, ganz schneller. Aber die funktioniert. Also ich glaube auch, dass jetzt, naja, obwohl Xiaomi jetzt vielleicht nicht, obwohl es steht Light drauf, jetzt vielleicht nicht ganz so teuer ist. Aber sie funktioniert erst mal. Das hat man gesehen. Headset-mäßig, da kommt jetzt hier natürlich viel, viel Bass bei rum. Man hört das Hupen, man hört das Crashen. Das kommt sehr gut rüber. Man hat eine schöne Dynamik. Man hat auch viel Bass. Die Dominanz liegt jetzt in dem Spiel auch gerade mehr auf den Tieftönen. Für alles weitere müsste ich mir das Ding natürlich mal ein bisschen anders anhören und mal auch irgendwie mit Musik konsumieren oder mal mit anderen Spielen nutzen. Aber was den Druckfaktor auf dem Ohr angeht, das ist schon mal gut. So, jetzt gehen wir mal ein Stückchen näher an meinen Mund heran. Das ist dann, wie gesagt, ein kurzer Mikrofontest. So, jetzt gehen wir mal ein Stückchen näher an meinen Mund heran. Das ist dann, wie gesagt, ein kurzer Mikrofontest. All, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt machen wir das mal wieder unten, dann ist es wieder an. Und ja, sollte, glaube ich, reichen. Ich würde fast sagen, die klingen genauso wie die anderen Mikrofone, die wir jetzt schon von JBL immer mit am Start hatten. Das heißt, hier braucht man ein bisschen mehr Abstand. Ansonsten hat man direkt gemerkt, bin ich ein bisschen näher herangegangen, kam dann so ein bisschen dieses Rauschen mit rein. Ansonsten, Stummschaltung hat direkt funktioniert. Klangqualität ist gut, aber eher neutral und ohne Tieftöne drin. Also ein bisschen flacher, nenne ich es jetzt mal. Aber das Ganze ist gut verständlich. Zumindest jetzt über diese Lautsprecher. Es ist jetzt nichts, um den nächsten anspruchsvollen Podcast zu moderieren. Nein, nein. Aber für einen Audio-Chat, Discord, Skype, In-Game-Voice und so weiter. Ja, jetzt ausreichend. Dafür funktioniert es. Hintergrundfilterung wird mit Sicherheit auch drin sein. Das kennen wir halt eben auch schon so aus der Vergangenheit. Genau. Also man muss jetzt auch Nummer eins ganz klar kommunizieren. Mit Kabelverbindung und Mikrofon ist das immer eine bessere Qualität als über eine Bluetooth-Lösung. Da sind die halt einfach von der Bandbreite limitiert oder geben den Rest der Bandbreite sozusagen für den Klang, der auf die Kopfhörer kommen soll, aus. Das ist bei allen anderen Herstellern auch so. Wäre jetzt rein. Muss man dazu sagen. Da hast du schon recht. Bei Bluetooth, also die geringste Bandbreite, dann über den Dongle mit dem proprietären 2,4 GHz Netz, ist es dann schon besser. Aber ich sage mal, die beste Audio-Qualität wirst du halt über Kabel haben. Es ist von den Herstellern meistens immer ein bisschen eingeschränkt. Wer wirklich sehr, sehr gute Mikrofonqualität haben will, speziell für Podcasts und Ähnliches, braucht sich so ein Gaming-Headset da nicht für besorgen, sondern kauft sich einfach so ein Standmikrofon, was per Kabel verbunden ist. Und damit habt ihr dann definitiv, was Mikrofonqualität angeht, ein ganz anderes Level. Da muss man auch nicht allzu viel ausgeben. Aber hier geht es ja um den Aspekt zocken, kabelfrei zu sein oder halt eben auch verkabelt an Konsole und sonstigen Gerätschaften zu spielen. Und das, was bei Rumkommen mit Mikrofonen, ist völlig in Ordnung. Das ist jetzt wirklich eher sowas für jemanden, der zum Beispiel auch Lärm in der Bude hat, weil man halt jetzt nicht im stillen Kämmerlein sitzt, sondern vielleicht auch mal die Nachbarn stören oder WG oder Wohnheim, weiß der Geier was. Ich denke mal, da kann Active Noise Cancelling auch schon sehr interessant werden. Ja, nur weil du gerade Noise Cancelling sagst, ich höre dich jetzt eigentlich eh noch kaum. Also wie gesagt, ich rede jetzt mal hier von der Seite, mal sehen, ob du mich hörst. Also ich höre dich schon. Hätte ich jetzt aber Musik oder irgendeine kleine Wiedergabe an, würde ich dich schon nicht mehr wahrnehmen. Also das schirmt schon sehr, sehr stark ab. Das funktioniert. Ich mache mal ganz kurz nebenbei nochmal irgendwas an. Nee, ich höre gar nichts. Also komplett abgeschirmt. Ja. So soll es ja auch sein. Genau, dafür ist Active Noise Cancelling halt da. Wunderbar. So, dann schätzt doch mal, was das JBL Quantum 810 kostet und die Xiaomi-MOS. Machen wir mal heute Gebündel. Ja, die 600, 650, da lagen auch so bei 150 bis 250 Euro. Das ist jetzt Gaming, etwas anderes Design plus Active Noise Cancelling. Ich glaube, da sind wir auch bei Andi 300 Euro. Oh, ich könnte mich jetzt aber völlig vertun damit. Also du hast da glaube ich ein bisschen was durcheinander gebracht. Die JBL Quantum 1, die wir mal hatten, das war ja praktisch das High-End-Modell, was rauskam aus dieser Reihe. Und das war glaube ich UVP bei 250, 299 oder sowas. Und die, die wir zuletzt hatten, die 400er, 600er Reihe, die lag glaube ich bei ein bisschen über 100 Euro. Das hier liegt UVP bei 199. Okay. Das ist mittlerweile schon ein bisschen gesunken, ist aber auch noch nicht so lang auf dem Markt, bei 180 knapp. Ja, das ist nicht wenig, aber es wird ja auch schon eine Menge geboten. Klar, Gaming wird extra bezahlt, das ist normal. Den Markennamen zahlt man hier natürlich auch mit. Aber ich denke, das passt, was man bekommt. Also gerade mit der umfangreichen Software, dass man hier alles noch ein bisschen konfigurieren kann, was Mikrofon angeht, was allgemein die Akustik angeht, plus virtuelles 7.1 und Co. Das wird alles eh mit unterstützt. Plus die LED-Beleuchtung, die ich mit anpassen kann. Plus die Anschlussvielfalt, also über Dongle, Bluetooth, Klinke und Typ C. Da ist ja alles mit abgesegnet. Plus die Trennung von Gesprächen übers Mikrofon oder was man hört von Gamesound oder Gesprächssound. Das übernimmt sonst oft mal eine Software oder hat einfach nur so ein einfacher Drehregler am Kabel. Aber hier ist halt alles kompakt auf einem gehalten. Das kann schon teilweise echt praktisch sein. Vor allem, wenn man dann irgendwie gerade in einer, weiß ich nicht, in einer actionlastigen Szene ist und hört aber irgendwie seine Teammates da nicht mehr, kann man da ein bisschen die Lautstärke feiern. Hast du denn noch einen Satz zu der Akkulaufzeit? Akkulaufzeit bis zu 30 Stunden und die Ladezeit beträgt dreieinhalb Stunden, wenn er komplett leer ist. Ja, ist auch völlig normal, 30 Stunden. Ja, das klingt vernünftig. Je nach Lautstärke natürlich, klar. Ja, schön. Jetzt hätten wir noch die Maus. Du sagst, es war ein Import auf AliExpress. Ich weiß nicht, könnte 20 Euro sein, könnte aber auch 50 Euro sein. Aber ich tendiere es einfach mal so bei 20 bis 25 Euro. Also der Import bei AliExpress lag bei knapp 21 Euro. Gut geraten. Ja, macht einen guten Eindruck, die Maus. Gefällt mir. Also gerade wegen dem leichten LED-Streifen hinten dran, den finde ich tatsächlich mega cool. Also man sieht es jetzt eigentlich nicht wirklich. Also wenn man die Hand drauf hat, ist es verschwunden. Aber es ist halt so eine leichte indirekte Beleuchtung plus halt irgendwie ein cooles futuristisches Design, was man hier so mit reingesetzt hat. Also ich finde die tatsächlich echt schick. Und auch dieses leicht schraffierte Graue, da haben die das designtechnisch. Ist klar, nur eine Standardmaus, aber finde ich gut. Gefällt mir. Ja, alles gesagt, oder? Nice. Würde ich sagen, machen wir weiter. Das sieht nach einem Rucksack aus. Ein Rucksack mit... Wie kommst du da nur drauf? Rucksack mit Blinker-Funktion. Okay, jetzt machst du mich ein bisschen neugierig. Tatsächlich auch hier das... Schade, dass immer schon alles draufsteht. Ja, hier ist auch der Hinweis mit integrierten Akkus. Ja, also bei so einem kleinen Zettel kann man das schon mal fast überlesen. Übrigens hat der 16 Liter Inhalts- oder Fassungsvermögen. Das Ganze ist ein Stoff, der wahrscheinlich auch so ein bisschen wasserabweisend ist. Wir haben Seitentaschen, können die komplett durchgreifen. Sieht so zumindest aus. Ne, die ist zu, aber man hat einen Seitenfach. Okay. Trinkflaschen, Halterung. Hier oben noch ein kleines Fach für... Was weiß ich. Kleingeld. Ach so, ist tatsächlich... Man hat nur einen Seiteneingriff, ja? Genau. Ah, okay. Ja, so, dann haben wir hier vorne noch irgendwas. Genau, das kannst du mal komplett rausholen. Okay, hier ist noch irgendwo... Also, ah, ein Kabel. Damit kannst du es aufladen. Wir haben ja einen integrierten Akku. Ah, okay. Jetzt kannst du mal gucken, was da noch so drin rumschlummert. So, wir haben eine Fernmeldung, links bis rechts. Ich frage mich nur gerade, wo die Blinker sein sollen. Dann geh doch mal, greif doch mal in die große Tasche rein, dreh sie um und dann siehst du da was. Da hast du einen Power-Button zu sehen, ein Symbol. Ach, hier. Da ist so ein dicker Silikon-Knopf, den kannst du drücken. Ah, hier, da drunter. Man sieht den sogar. Da. Genau. Und jetzt gucken wir auf die Rückseite des Rucksacks. Okay. Uh. Das ist ja... Das ist ja nice. Und wenn ich nach oben fahre, dann drücke ich nach oben. Okay. Das ist praktisch... Der Kreis ist praktisch die Standardoptik, einfach um auf dich hinzuweisen. Ja. Und du kannst dann praktisch beim Bremsen oder beim links oder rechts abbiegen, kannst du dann die Taste drücken. Und das Schöne ist, lass mal den Blinker laufen, nach 15 Sekunden schaltet er selbstständig dann zurück auf den normalen Warnhinweis. Mhm. Ganz schön lange 15 Sekunden. Da. Sind sie vorbei. Genau. Und Fernbedienung beleuchtet. Und die ist beleuchtet. Die kann man ja vorne irgendwo mit festmachen. Kabel schraubst sie mit bei. Das ist die Halterung dafür wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise. Ja. So, zum Reinklimmern. Ähm. Wenn das jetzt automatisiert gehen würde, wäre das natürlich noch einen Zacken geiler. Aber immerhin kann ich jetzt als Fahrradfahrer sagen, so, pass mal auf Kollege hinter mir, ich fahre jetzt dann demnächst rechts ab. Oder ich fahre jetzt demnächst links ab und kann ja zusätzliche Hand nochmal raushalten. Ähm. Oder ich stehe hier einfach nur, weil man angehalten hat. Also einfach so als Verkehrssicherheit. Oder ich muss plötzlich bremsen und macht das denn, wenn ich dann irgendwann das Intus habe, dass ich schnell noch die Taste mit drücke, von wegen, dass die hinten gleich wissen, oh, da passiert was. Ja. Mhm. Ja. Da muss man sich natürlich dran gewöhnen, ne? Aber ich sag mal so, wenn das jetzt über 15 Sekunden lang blinkt und man halt einfach auf Körperhöhe, auf Schulterhöhe, Rückenhöhe nochmal zusätzlich gesehen wird. Ähm. Wahrscheinlich reflektiert hier auch so ein bisschen noch was dran, hoffe ich. Ähm. Dann ist das schon auf jeden Fall gut. Also, weil Bremslicht hast du halt nicht. Das jetzt zu kombinieren, ist jetzt auch schwierig. Klar kann man das ja alles irgendwie kaufen und mit Kabeln da machen, aber so eine einfache Lösung, wenn man unterwegs ist mit Rucksack zum Anzeigen an der Ampel hier, ich fahre da lang oder rechtzeitig vorher. Weil man weiß, okay, das geht nach 15 Sekunden dann eh aus. Das finde ich schon gar nicht schlecht. Also, vor allen Dingen, es blinkt, es sollte auch an einem normalen Tag dann gut erkannt werden. Und ja, also ich finde die Grundidee erstmal ganz interessant. Ist jetzt wirklich die Frage, wie man das dann praktisch mit umsetzt. Ähm. Aber so der Grundgedanke, das finde ich schon, das hat was. Genau. Verkehrssicherheit geht vor. Und um sich selber ein bisschen zu schützen, mag das vielleicht dann helfen. Jo. Ich würde sagen, bevor ich dir noch ein paar Sachen zu dem Rucksack erzähle. Oder ich erzähle, genau. Die Akkulaufzeit ist übrigens bis zu 15 Stunden. Ja. Wird dann halt über das USB-Kabel, was du schon rausgepolgt hast, dann einfach aufgeladen am Ladegerät oder Powerbank oder so weiter. Die Fernbedienung hat eine Reichweite von bis zu drei Metern. Und ähm, genau, das ist der automatische Wechsel nach fünf Sekunden, haben wir ja gerade schon gesehen. So. Bevor ich noch ein bisschen was selber an Feedback zu dem Rucksack abgebe, schätzt doch erstmal, was der kostet. Also ich glaube, der Rucksack selber ist jetzt erstmal so an sich nicht spezielles. 16 Liter Fassungsvermögen, ganz normal mit so einem Brustgurt und alles drum und dran. Halbwegs wasserdichter Stoff. Plus dieses LED und die Fernbedienung. Ich sag mal, vielleicht liegen wir so bei 30 bis 50 Euro. Also 30 wahrscheinlich nicht, weil es jetzt schon mit dem Licht und dem Blinken ein bisschen spezieller ist. Vielleicht bei 50 Euro so in dem Dreck. Also der kostet aktuell so um die 40 Euro. Okay, dann sind wir genau dazwischen. So. Also preislich muss ich sagen, finde ich das auch erstmal schon sehr angenehm. Ja. Aber, mein aber. Ja. Ich hätte mir persönlich zum Beispiel gewünscht, dass die Blinker irgendwie in doch Blinker Farbe sind, also orange. Ja. Weil ich das im Grün doch irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig finde. könnte. Und was ich auch schon in den Rezensionen gelesen habe, was ich mir auch vorstellen kann, bei Tageslicht sieht man es kaum noch. Ja, wird zu schwach sein. Oder soll man es wohl kaum noch sehen. Genau. Was sich manche auch gewünscht hätten ist, dass der Blinker natürlich nicht nur hinten leuchtet, sondern dass man es vielleicht in den Seitenriemen irgendwie noch mit integriert hätte. Ich glaube, das ist dann aber wieder so ein Problem mit der SCVO, was man darf und was man nicht darf. Richtig. Glaube ich auch. Und auch natürlich eine Preisliebeweise. Ja, das auch. Jetzt hast du ja nur so ein kleines LED-Modul hinten drin und so müsstest du ja das alles noch verkabeln und in den Seiten und hast du nicht gesehen. Und ich finde den Stoff und die Reißverschlüsse jetzt so eher günstig, sage ich jetzt mal. Ja, das wirkt jetzt nicht wahnsinnig hochwertig. Deswegen sagte ich auch so, der Rucksack an sich so vielleicht an die 30 Euro. Das ist jetzt für einen Rucksack eigentlich auch nicht viel. Das ist halt ein einfacher normaler dünner Stoff. Der wird ein bisschen Wasser abweisen, aber es wirkt jetzt nicht wahnsinnig hochwertig. Es erfüllt seinen Zweck. Also ich würde da jetzt keine großartig schweren Sachen reinpacken, weil dann auch bei den dünnen Trägern, Schultergurten würde ich auch denken, das hält sonst nicht. Wird ja auch schon schwer großartig Dinge hier reinzupacken, weil du musst das alles von der Seite machen. Du kannst nichts von oben reinmachen, was der Länge nach dann vielleicht entsprechen würde. Du bist ja immer quasi auf diesen Ausschnitt limitiert. Also viel kannst du jetzt nicht reinmachen. Also so eine Milchstüte, noch eine Milchstüte und dann hast du wahrscheinlich keinen Bock mehr. Oder so ein Buch quer rein. Aber mit Notebooks, die dann größer ausfallen, wird es auch schon schwierig. Die wirst du ja so diagonal vielleicht so ein bisschen reindrehen können, aber dann musst du ja auch zum Teil vielleicht den Stoff wieder ein bisschen überspannen. Also 13 Zoll sollten da bequem reinpassen. Alles größere wird dann echt schwierig. Eine Lösung für zum oben reinmachen wäre praktisch. Aber ich glaube, das hat so den Hintergrund, dass jetzt oben komplett alles geschlossen ist. Und wenn es doch regnet, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass hier Wasser eindringt, dann doch ein bisschen geringer ist, als wenn wir hier oben den Reißverschluss haben und dann vielleicht dann so wie hier das halt einfach dann durchgehen könnte. Vielleicht ist das auch der tiefere Sinn dahinter, das wissen wir nicht. Aber ja, also ich finde es im Prinzip auch eine schöne Idee. Man muss sich halt da irgendwie mit arrangieren. Und gerade wer abends fährt oder nachts fährt, ich glaube, der wird das auch sagen und sehen. Ja doch, das ist mir wert. Ich werde dann halt einfach gesehen. Und wenn es halt einfach nur blinkt, ohne dass man jetzt hier Stop oder irgendwie nach links oder rechts macht. Ja, man kann auch einfach einen 10-Euro-Scheinwerfer oder eine Rückleuchte sich an einem Helm. Es gibt ja auch schon so eine dynamische Rückleuchte, die dann auch entsprechend beim negativ beschleunigen sozusagen dann auch blinken können und so weiter. Ja. Achso, was mir noch einfällt. Ich hätte eine Lösung zur Befestigung vorne, die jetzt nicht auf Kabelbinder setzt, auch ein bisschen besser gefunden. Ja, das ist auch. Weil so kann man das auch mal, wenn man zum Beispiel das Fahrrad wechselt, das ein bisschen schneller. Ja. Das ist eine sehr, sehr günstige Lösung. Aber da gibt es ja auch so Schraubzeugs, alles drum und dran. Also so GoPro Hero mäßig. Also das wäre schon besser gewesen. Ja. Ja. Ist so ein bisschen. Also die Grundidee ist gut. Umsetzung und Qualität würde ich so ein bisschen noch mit in Frage stellen. Und ja, aber so grundsätzlich, wer sich sagt, okay, ich brauche einen neuen Rucksack und mir reicht das völlig aus. Ich habe nicht viel bei, aber ich will vielleicht ein bisschen besser gesehen werden. Für den wäre das vielleicht was. Und alle anderen sagen sich, okay, dann kann ich mir auch eine 10 Euro Rückleuchte kaufen. Hängen wir die am Rücken oder am Helm und dann blinkt das Ding auch vor sich hin. Ich glaube mal, dafür, dass wir hier bei 40 Euro mit in Deutschland Verfügbarkeit sind, ich denke mal, ist das okay. Weil ansonsten, ich glaube, bei allem, was wir jetzt so angesprochen haben, wäre man sonst ganz schnell wieder bei 100 Euro plus. Könnte durchaus sein, aber das ist nicht ganz so unser Metier. Wir wollen ja einfach mal ein paar lustige Sachen mit vorstellen oder ein paar Dinge, die sich gut lesen und vielleicht im Endeffekt dann doch nicht so überzeugen. Soll ja auch vorkommen. Wie gesagt, Grundidee ist gut. Umsetzung soweit auch. Aber halt mit Mängeln kann ich jetzt tatsächlich sagen. Aber mit so ein paar Punkten, wo man sagt, okay, hätte man besser machen können. Ich glaube sogar, das war auch eine Zuschauerempfehlung, weil den habe ich aber schon vor, glaube über zwei Monaten bestellt. Deswegen weiß ich es nicht mehr ganz genau. Ich gucke mal, wann es so am besten passt. Ja, natürlich. Würde ich sagen. Machen wir weiter. Ich habe noch ein bisschen was. Der RG503. Du hast ja schon sehnlich drauf gewartet. Ich weiß doch. Jein. Also tatsächlich doch irgendwie schon, weil er größer ist als der RG51 P oder M. Weil da hatten wir nur so ein 3,5 Zoll Display. Jetzt sind wir hier bei 5, irgendwas waren wir, glaube ich. Was ist es denn überhaupt? Ja, das wollte ich gleich erzählen, wenn ich hier erstmal alles ausgepackt habe, was hier noch alles Tolles mit drin liegt. Obwohl ein Kabel bin, dann lass mal weg. Das Ganze ist ein Emulationshandheld, der mit Micro SD-Karte gefüttert werden kann, wo man dann Spiele drauf spielen kann. Also alte Spiele. Genau. Das, wo wir quasi eingestiegen sind, das kann das Ding auch. Das heißt, wer Super Nintendo, N64, Dreamcast und Co. oder vielleicht PlayStation 1 unterwegs zocken möchte und das nicht am Handy, der kann das mit so einem Gerät machen. Und wir waren da in der Vergangenheit von Embernic sehr, sehr begeistert, weil auch die Displays, IP-Displays waren es immer, IPS-Displays waren es immer, uns überzeugt haben. Und auch so, was die Verarbeitungsqualität und das gesamte Dasein anging, hat das echt Spaß gemacht für teilweise relativ wenig Geld. Bam, Alter, der zimmert aber auch gleich aus. Die Besonderheit bei dem Modell, wirst du bestimmt gleich erzählen, weil du hast ja, glaube ich, den Artikel dazu geschrieben. Ich hatte den Artikel dazu geschrieben, ja. Ähm, die Besonderheit ist, ich weiß es gerade gar nicht. Das ist schon ein paar Wochen wieder her. Ja, das größte Display von den Embernicks, die wir jetzt gerade haben. Und es ist ein OLED-Display. Stimmt. Ja, jetzt wo du es sagst, in Bezug auf die Schwarzwerte. Ja, es ist mir jetzt direkt gar nicht so aufgefallen, weil jetzt hier alles relativ dunkel ist. Aber wenn man hier irgendwo reingeht, sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Ähm, wir machen mal das Fall Calibur an, dann sehen wir das vielleicht. Aber jetzt hier, klar, mit den Schwarzwerten beim Booten, das sieht schon ein bisschen nach was aus. Stimmt, OLED-Display. Ja, ähm, was Kontrolle angeht, Schultertasten, ne, Analog-Sticks, Digit-Kreuz, Start-Select, Aktionstasten auf der Unterseite. Hier ist das Betriebssystem drauf, auf der zweiten werden dann die Spiele drauf sein. Funktionstaste, um in Menüs reinzukommen, um das Spiel zu beenden. Reset-Button, wenn es mal nicht klappen sollte, Stereo-Lautsprecher. Ja, und auf der Oberseite haben wir dann nochmal einen Mini-HDMI-Ausgang, 3-4-0-Klinke für Kopfhörer und dann haben wir eine OTG beziehungsweise zum Laden, sodass wir halt auch verkabelte Controller anklemmen könnten zum Beispiel. Das wäre alles möglich. Und es ist wieder die japanische Version. Übrigens, das Display ist ja 5 Zoll groß, ist wie gesagt ein OLED-Display und hat eine Auflösung von... 640x480. ...960x544 Pixel und damit munkeln böse Zungen... Ach ja, das PSP-Display. Genau, nee, aus der PS Vita. PS Vita, ja. Weil das aus der PS Vita nämlich auch ein OLED ist, die gleiche Größe und die gleiche Auflösung hat. Deswegen geht man wohl davon aus, dass hier Enmanic wohl an eine Charge-Displays von der PS Vita rangekommen ist. Was man dann aber auch direkt sieht, ist, dass dieses Dreamcast-Spiel auf diese Auflösung überhaupt nicht angepasst ist und das jetzt natürlich schon relativ gestreckt aussieht. Mit Sicherheit wird man in den Funktionseinstellungen, ich drücke jetzt hier einfach mal irgendwo, das mit Sicherheit auch einstellen können, dass man da halt eben das Originalformat hat. Aber so letztendlich, das sieht von den Farben her schon schön kräftig aus. Das mag jetzt bei euch vielleicht nicht ganz so rüberkommen, weil das Display gefühlt auf der Aufnahme ein bisschen zu dunkel ist. Aber ich kann es echt gut ablesen und anschauen und die Farben sind kräftig. Also das sieht vernünftig aus. Ist aber natürlich nur ein 69-Hertz-Display. Oh, der startet direkt immer mit 100% Lautstärke hier gleich. Ja, also es ist ein sehr, sehr einfaches Menü. Das heißt, ich kann hier hoch und runter drücken und gehe dann die einzelnen Plattformen durch. So hier Playstation 1, Playstation Portable, Favoriten kann ich mit anlegen. Final Burn, Neo, Mami, Wonderswan, Capcom, System 1, 2, 3, MSX, PC Engine, Super Nintendo Game Boy, N64, all das, was man so kennt. Das höchste der Gefühle ist dann jetzt eigentlich PSP. Was 8-Bit, 16-Bit angeht, überhaupt gar kein Problem. Und ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz, ob wir ein Playstation-Spiel irgendwie haben. Was das Gewicht des Handhelds angeht, ist ja tatsächlich relativ leicht. Ich muss jetzt auch sagen, im Vergleich zu den anderen M-Manics fühlt sich das Kunststoff jetzt nicht ganz so wertig an. Das mag jetzt vielleicht in dem Moment ein bisschen täuschen, weil das Gewicht halt nicht so hoch ist. Aber ich denke, das ist nicht ganz so das Niveau, was wir sonst so hatten. Aber es sieht trotzdem gut verarbeitet aus. Alter, das zimmert aber auch hier. Das Spiel hat eine eigene Lautstärke und hat mit dem System lautstärke gar nichts zu tun. Okay. Interessant. Stotter-Sound. Stotter-Sound. Die liegt da einfach mal perfekt drin. Direkt ja. Also wie gesagt, der Sound stottert ein bisschen. Es gibt auch so paar kleine Slowdowns. Zumindest am Anfang gab es die. Jetzt sieht das erstmal vernünftig aus. Also wie gesagt, PSP, Playstation Portable ist somit das höchste Gefühl, was man mit so einem kleinen Handheld in dem Preisbereich erübrigen kann. Wer Playstation 2, 3 und sonstiges spielen will oder Nintendo Wii U, Gamecube und Co. Der kommt mit so mobilen Handhelds, die auf so einem proprietären System arbeiten. Und in der Preisklasse, ich muss sagen, kommt man da nicht hin. Ich sage es gerade, was die Preisklasse angeht. Ich kenne das Gerät halt eben schon, weil wir das eben schon drüber geschrieben haben bei uns auf der Webseite. Der liegt so bei um die 130 Euro waren es, glaube ich. Aktuell so 135 Euro. Ja. Und ich habe es beim Schreiben des Artikels halt auch schon so gesehen, dass die Hardware sich nicht großartig, bis auf das Display und die Größe von den MNX-RG351P oder M unterscheidet. Das heißt, hier ist im Prinzip der gleiche Dual-Core, Quad-Core drin. Er liegt ein bisschen zwischen dem alten und dem etwas teureren RG552, den wir ja auch schon gezeigt hatten. Der liegt da so ein bisschen mittendrin. Ja. Aber viel mehr Leistung habe ich nicht. Und das ist auch so dann die kleine Krux daran. Das Display ist top. Die Auflösung ist aber auch höher. Und das System versucht wahrscheinlich auch die ganze Zeit in der höheren Auflösung dann die Emulation laufen zu lassen. Und das kostet halt mehr Leistung. Und das merkt man dann halt auch. Wie gesagt, bei Playstation Portable ist vorbei. Dreamcast und Co. laufen super. Und alles da drunter auch. Also Playstation und so. Beim Schreiben des Testes fand ich das Gerät sehr interessant. Ich werde den jetzt auch nochmal zum Testbericht umschreiben. Aber ich habe damals schon so geschrieben, der Aufpreis für das Display und die Größe bei eigentlich ähnlicher gleicher Hardware ist mir dann ein Stückchen zu hoch gewesen. Also bei 135 Euro, wenn da jetzt ein bisschen mehr Leistung bei rumgekommen wäre, dass man halt eben diese besagte Emulation halt einfach noch ein Stückchen besser spielen könnte, fände ich das besser. Da haben die dann wieder vielleicht am falschen Ende gespart, dafür halt eben das Display verbessert. Wenn man jetzt sagt, okay, Playstation Portable interessiert mich gar nicht, alles da drunter, dann habt ihr mir überhaupt keine Probleme. Da muss man halt selber für sich entscheiden, was spiele ich, was will ich machen. Du hast noch die anderen, die kannst du ja gerne daneben legen. Genau. Das mal als kleinen Vergleich dazu. 3,5 Zoll, also plus Fingerabdruck jetzt drauf. Vom Kunststoff fand ich das ein bisschen rauer, ein bisschen schraffierter. Vielleicht mag das auch nur an der Lackierung jetzt hier liegen. Das hat mir hier ein bisschen besser gefallen. Ansonsten Layout kann man ja fast sagen, ist ziemlich identisch. Und die Funktionalität eben auch. Nur, dass der hier halt ein bisschen größer ist und vielleicht ein Hauch besser in der Hand liegt. Aber ansonsten sind die schon gleich. Der liegt, wie gesagt, so bei 70, 80, 90 Euro. Je nachdem, gibt eine Metallvariante, die liegt so bei 100, 110. Das liegt einfach an dem Metall. Und wie gesagt, der bei 135 mit gleicher Leistung, aber eine OLED-Display. Genau. Das nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung, weil die sind sehr, sehr beliebt. Finden wir auch als Empfehlung für Retrohandhelds immer einen Kaufwert. Und hier müsste sich meiner Meinung nach der Preis vielleicht noch ein bisschen in die 100 Euro Richtung drücken. Und dann machst du damit eigentlich auch nichts falsch. Zuschauer-Empfehlung, soll ich raten? Ich glaube ja. Esperanza. Creating space for your dreams. Toaster-Smiley. Hast du jetzt auch zufällig einen Toast mit bei? Sonst lohnt sich das hier gar nicht. Schön. Es hat auch eine sehr interessante Farbe. 750 Watt. Sieben Stufen, mit denen wir hier toasten können. Das klingt ja nach einem Wunderwerk der Technik. Genau. Die Toastiness-Stufen. Jeder kennt sie. Äh, ja. So. Ähm. Das, ähm. Ja. Also hochwertig Deluxe. Immerhin ist eine Sonne drauf gedruckt. Das sieht mal nach so einem 10-Euro-Toaster aus. Also die Qualität ist ja mal... Schmeißt du doch erstmal an. Ja. Vielleicht überzeugt dich ja die Funktion. Die Funktion ist nachher am Ende. Ja, natürlich. Natürlich. So, mein Lieblings-Testgerät legen wir gleich daneben. Vielleicht sind auch bei wirklich 750 Watt drauf. Na, aber. So. Hat jemand Bock auf Toast? Ich hätte hier zufällig noch vier. Naja, drei plus eine Ecke. Ich würde sagen. Schon wieder hier Sparmaßnahmen ausgebrochen. Ja. Ja. So. Ähm. Es ist weder gefroren. Es ist gar nichts davon. Okay. Ich mach jetzt einfach mal an. Stufe... 6. Dampft ein bisschen. Ähm. Wahrscheinlich hätte man den Testweiser einmal anmachen müssen, damit er sich ausmievt. Ich weiß es nicht. Wir können einfach mal stoppen. 697 Watt hatten wir jetzt gerade verbraucht. Also. Ja. Das Toast hat erstmal noch keine Bräune. Wir schieben das nochmal rein. Oh. Yay. Es hat funktioniert. Es ist dann nach 35 Trillionen Jahren fertig geworden. Tada. Tada. So sieht's aus. Es dampft noch. Und. Achtung. Ist jetzt nicht ganz verbrannt. Und weil wir ja zwei Toasts haben, gucken wir uns die Seite mal an. Die sieht so aus wie die andere. Plus die Klammer, die es gehalten hat. Und dann ist hier mit Lucky Sun drauf. Aber naja. Wahrscheinlich eher, weil wir es ein paar Mal rausgenommen haben. Und das nicht. Nein, nein. Da liegt das nicht. Aber irgendwie gefühlt ist das Ding ganz schön heiß und ganz schön dunkel geworden. Also. Crispy. Und jetzt noch die Schmackstest. Dafür kann der Toaster natürlich was. Schmeckt nach Toast. Also. Dann schätzt doch mal, was so ein Ding kostet. 10 Euro. Also. Das Ding. Habe ich bei Amazon gekauft. Knapp 24 Euro. Da vergeht mir das Toastessen bei. Bei dem Preis. Also. Ich finde die Grundidee ja sehr cool. Dass man hier quasi so dann so Smileys und Sonnen drauf. Toasten kann. Aber. Wenn ich mir dann halt einfach diesen Plastikhaufen angucke. Ist es das einfach nicht wert. Also. Das ist einfach nur ein Toaster. Wenn ihr hier. Von OK oder so. Beim Media Markt. Kriegst du die Dinger für 5 oder 10 Euro. So ein Toaster. Und die sehen von der Qualität auch nicht besser aus. Dass das jetzt natürlich am Anfang erstmal der Kunststoff riecht. Ist völlig normal. Das muss erstmal auslüften. Ausbrennen oder so. Aber der Toast selber braucht für mich jetzt gefühlt zu lange. Und. Ähm. Bis der jetzt seine Bräunenstufe erreicht hat. Plus die Smileys. Dann ist der halt eigentlich schon wieder drüber hinaus. Ich glaube auch. Man wird halt das kleine Logo da drauf nur sehen. Wenn man wirklich auf der höchsten Stufe toastet. Und ob das alle wollen. Und vor allem die eigenen Kinder und so weiter. Das sei mal dahin gesagt. Und wenn man dann auf der niedrigsten Stufe toastet. Ich glaube da siehst du dann vom Face nicht mehr viel. Aber naja. Was tut man nicht alles für die Kids. Und hier haben sie gleich mal den Kinderbonus oben drauf gepackt. Beim Toaster. So. Sind ja auch immer ein für zwei Scheiben Toast. Also deswegen doppelt so teuer wahrscheinlich. Mhm. Ich kann ja noch ein bisschen erzählen. In der Zeit kannst du dann deinen Toaster verkösten. Bitte drum. Ich habe noch einen zweiten Toast. Und die liegen auch noch zwei Scheiben. Du bist also versorgt. Mhm. Oh ja. Der kleine Peach kommt ja. Wie gerufen. Das ist ja wer hier so rumkrügelt. So. 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 Übrigens gibt es auf Amazon für ungefähr 10, 11 Euro. Kai packt den Link mit rein. Kann ich nur empfehlen. Saugt wirklich richtig gut. So. So. Ein Gerät habe ich noch für dich. Mal in China. Nichts damit lesen. Kalimba. Best gift for you. Und wer stimmt nicht? Ich sehe erstmal nur einen Hammer. Ich packe mir erstmal das Zubehör aus. Alles andere wird vielleicht zu drastisch und zu interessant für euch. Also es gibt auf jeden Fall erstmal Daumenschutz. Oder was auch immer. Oder deine Schwimmflossen die zu klein geraten sind. Oder Mini Crocs für die Finger. Dann ist es Tors Mini Hammer. Okay. Dann ist irgendwie noch Noten. Okay. Das ist ja natürlich zu viel für mich. Dann haben wir hier noch grüne Streifen und rote Streifen. Dann gibt es hier noch eine Anleitung. Dann guck dir doch das Gerät mal an bevor du in die Anleitung rumstöbelst. Aber ich will doch gucken hier mit Reinigungstuch und Transporttasche. Das ist doch viel wichtiger als was das Gerät macht. Das macht schon Musik beim Auspacken. Wir hatten das so rum reingeschoben ey. Achso. Andersrum reinstehen wäre natürlich auch noch schwieriger. Mach einfach ab das Ding. Ich habe da auch schon rumgekrebelt weil ich es ausprobiert habe. Ach das war das. Also ich war es. Also rum und rein. Egal wie du es machst. Entweder hast du da beim Reinpacken das Problem oder beim Rausziehen. Das ist halt wie so eine Haifischhaut in den Turnschuhen. Du kommst da halt gut rein aber nie wieder raus. So. Okay. Ich habe jetzt hier. Und weil das so viel cooler ist. War das überhaupt richtig so wie ich das mache? Da sind sogar glaube ich Anleitungen bei. Dass du hier zum Beispiel Twinkle Twinkle Little Star war da glaube ich mit bei. Äh. Ja. Basics. Key Soundhall Bobby. Wer ist denn Bobby? Adjustment Direction for Low Pitch. Adjustment Direction for High Pitch. Okay man macht das doch so. Na gut. Eine Tuning Software gibt es da auch noch für. Oh. Zehn Keys Kalimba. So. Ich bin extrem musikalisch. Das ist der Wahnsinn was ich jetzt. Achso. Man soll das eigentlich in den Händen. Achso. Warte mal. Ich kann dir mal sagen es ist übrigens ein Daumen Klavier. Macht das ganze vielleicht verständlicher. Ja ja. Ich habe das jetzt auch gerade rausgefunden weil da so eine Illustration mit bei ist. Aber ich fand das mit dem Hammer eigentlich viel interessanter. Klingt jetzt nicht so cool aber. Für mich als Handwerker. Ehemaliger Handwerker ist das interessanter als hier mit dem Daumen auf Metall lang zu schrauben. Also mein gut deswegen hat man ja hier die die Wohlfühlsocken für den Daumen aber. Klingt doch gar nicht mal so scheiße. Dafür dass ich nichts drauf habe und alles falsch rum anhabe ist das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber man kann hier mit der offenen Stelle einfach besser hängen bleiben und kann dann direkt besser. Guck mal so andersrum klingt das nämlich gar nicht. Wenn du das drei Stunden gespielt hast dann hast du bestimmt auch ein paar andere offene Stellen. Wahnsinn ich bin endlos begeistert. Ja. Ein Daumen Klavier mehr dazu kann ich dir auch nicht erzählen. Das ist Wahnsinn. Außer dass alles beiliegt. Deine kleinen Stülbchen da. Eine Anleitung. Es gibt Tuning Software. Du hast MC Hammer noch dabei. Ja ganz toll. Also ich bin hellauf begeistert. Es ist das Musikinstrument was ich mir schon immer gewünscht habe und noch nicht kannte. Jetzt habe ich es und man kann das sogar hier nochmal mit bekleben und mit roten Streifen und so was weiß ich. Also ich bin völlig raus. Ich bin völlig unmusikalisch. Ich habe überhaupt keine Ahnung wie sowas funktioniert. ich kann auch keine Noten lesen deswegen ja. Aber immerhin ist es Holz. Ein Holz Korpus und nicht hier irgendwelcher Kunststoff. So Ende im Gelände. Dann schätz doch mal was sowas kostet. Ich habe es auf Amazon bestellt. Ich weiß gar nicht mehr ob das eine Zuschauerempfehlung war. Ich glaube ja. Ich wollte mal ein Hammerspiel. Ich habe keine Ahnung was das kosten kann. Echt 20 Euro. Also aktueller Verkaufspreis auf Amazon 19 Euro. Verdammt. Ganz doll daneben. Mir fällt nichts ein. Ein schönes Geschenk für Leute die alles haben. Oder für Leute die man nie wieder sehen will. Aber immerhin ist hier ein Putztuch bei, dass man das hier auch wieder direkt sauer machen kann. Vielleicht sind das dann so Freunde die so begeistert sind und jedes Mal wenn man sie dann wieder sieht, können sie einem ein neues Spiellied davon trellern. Ja. Oder auch nicht. Es hat was. Aber mit so einem Stylophon sind wir ja auch schon ganz gut klar gekommen. Aber das ist hier. Das ist halt ein schönes Stehrumpfchen. Wahnsinn. Ich bin hellauf begeistert. Unglaublich. Was es nicht alles gibt. Wunderbar. So hast du noch was? Ne. Das war der Rausschmeißer zum Wochenende. Also spätestens wo ich jetzt angefangen habe sind sie eh alle gegangen. Wer ist jetzt überhaupt noch da? Könnt ihr mal ganz kurz kommentieren? Wir sind jetzt unter uns. Okay. Alles klar. Ja. Vielen Dank dafür. Danke auch an euch, die immer fleißig die Einsendungen mit reinschicken an Kai, dass ich wieder nichts davon weiß. Ja. Es war mega bunt gewischt heute. Mein Highlight war tatsächlich gleich die Position 1 mit den Retro-Spielen. Hat man vielleicht auch gemerkt. Und ansonsten mein ebenfalls kleines Highlight ist jetzt mein neues Lieblingsspielzeug. Nice. So. Genau. Ich habe nichts mehr zu melden hier. Ich bin durch. Gut. Würde ich sagen. Wenn Vorschläge bestehen, schaut gerne mal auf YouTube oder auf unserer Internetseite nach meiner E-Mail-Adresse. Schreibt mir gerne mal eure Vorschläge. Vielleicht kommt es ja das ein oder andere ins nächste Video. Und ansonsten würde ich sagen, war wieder eine schöne bunte Mischung. Definitiv. Genau. Ja. Feedback einfach rein in die Kommentare. Dafür ist das Ding da. Und dann ansonsten Instagram, Facebook, Twitch, Twitter, TikTok. Keine Ahnung. Googelt einfach, wo ihr zerfen sich rumtreibt und dann findet ihr uns. Macht's gut. Der Ronny und der Kai. Tschüss. 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 Tschüss.